Ruth Kappelsberger war eine deutsche Fernsehansagerin und Schauspielerin. Leben Ruth Kappelsberger erhielt bereits im Alter von sechs Jahren Ballettunterricht und absolvierte die Schauspielschule Hannover. 1946 bis 1948 trat sie in den Programmen des legendären Münchner Nachkriegskabaretts Die Schaubude auf. Weitere Theaterauftritte hatte sie an der kleinen Komödie München am kleinen Theater im Zoo in Frankfurt am Main. Am Volkstheater München und auf Tourneen. Kappelsberger kam 1946 als Sprecherin zum Bayerischen Rundfunk und gehörte seit 1954 zu den ersten Ansagerinnen im deutschen Fernsehen. Seit Anfang der 1950er Jahre war sie in einigen Filmproduktionen zu sehen, darunter Wetterleuchten um Maria, der Edelweißkönig, Plonk und zahlreichen Stücken des Komödienstadels. Zudem wirkte die Schauspielerin in den TV-Serien Königlich Bayerisches Amtsgericht. Drei sind einer zu viel, das Damenkränzchen und der Gerichtsvollzieher mit. Bis heute legendär sind die vom BR produzierten, in den 80er Jahren jeden Samstagvormittag im Hörfunk gespielten Stücke. Von 1978 bis 1984 gehörte sie als parteilose Abgeordnete dem Kreistag des Landkreises Starnberg an. Seit 1966 war sie in zweiter Ehe mit dem im Januar 2014 verstorbenen Schlagersänger Fred Bertilmann verheiratet. Sie wurde Mutter einer Tochter, ihre letzte Ruhestätte fand sie auf dem Friedhof in Aufkirchen am Starnberger See im Grabe ihres Gatten. Filmografie